Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. Diesmal mit diesen drei Perks, beim vierten ist kein Perk rausgekommen im Roulette, und mit den beiden Addons. Bei dem weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt. Ich glaube eher nicht, weil im Wikia steht deutlich erhöht. Schöpferiert leicht. Die Frage ist, was ist dafür jetzt richtig? Und da habe ich sie auch leicht erhöht. Ich hoffe, das ist nur ein Schreibfehler hier drin. Und es hat eigentlich eine andere Funktion. Denn ja, nörd. Dieses Ritte Ei würde ich gerne haben. So, mal gucken, ob ich schnell in die Lobby komme Es ist 4 Uhr morgens inzwischen Inzwischen Das war jetzt nicht auf jeden Fall Uh, ja, 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 ja Das ging immer schnell Die, diese zwei sind so ziemlich gegenseitig Das eine wurde praktisch ein bisschen abgeschwächt Was wichtig ist auf jeden Fall Ob ich auf Stufe 1 bleibe, werde ich auf jeden Fall nicht Wie schnell ich immer auf Stufe 3 Uhr gehe Das weiß ich nämlich jetzt nicht Vielleicht jage ich auch ein bisschen einfach mal so Ohne in Stufe 3 zu gehen Aber es würde schon sinnvoll machen In Stufe 3 zu gehen Aber nicht, wenn man dafür viel Zeit benötigt Ah, die Bettend-Vorschule Und das ist schon die Ich bin nicht Haha, ich komme. Haha. Jetzt bin ich Stufe 3. Hab dich. Ich bin Stufe 3. Ich bin Stufe 3. Haha. Keine Ahnung, wo die hingegangen sind Soll Ich komme. Oh! Hab dich. Einer war, glaube ich, hier irgendwo. So, haha. Ich hab dich gesehen, wo du hingegangen bist. Ja, Barbecue und Chili ist gut. Ja, da hinten seid ihr. Ich komme. Ich hab dich gesehen. Okay. Die eine hab ich zwar verlogen, aber dafür hab ich dich bekommen. Oh. Blöde. Oh. Oh, einer ist das. Oh, Gott. So. So. So, den kann ich jetzt beschädigen. Was denn? Die sind da. Hey, lass mich doch nicht entkommen. Oh, ich bin da. Oh. 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 Hab dich! Dein Umbren... Und dein Ungebrochen ist verschwendet. Hehehe. Habe ich das jetzt zerbrochen? Okay, habe ich. Das war einfach. Anscheinend ist da ein Übersetzungsfehler in dem einen Add-on drin. Definitiv. Das ist definitiv. Dass da ein Übersetzungsfehler drin ist. Ich kriege, glaube ich, 60% mehr Punkte. Und ich habe Überleben im Punkt drauf. Also kriege ich ziemlich viele Punkte. Und Hedge. Und Luke. Und diese Punkte ja auch noch. Hehehe. Hunde 15.000 Punkte. Und zwei Rangfortschritt. Das macht praktisch den Rang nieder... Den Rangrückschritt von... mit dem... mit der... Krankenschwester wieder wett. Denn... Untertitelung des ZDF, 2020 Die 115 darf ich jetzt hier rein investieren. Ich werde einen Teil auf jeden Fall hier rein investieren. Und schon habe ich 40.000 investiert. Hallo? Ja, das werde ich gern haben. Das auch. Oh, ein Geschenk. Oh, Stufe 3. Und das hier auch. Oh. Ich glaube, das Geschenk kriege ich nicht. Das habe ich auf jeden Fall. Eben als Mori. So, und die Krankenschwester ist jetzt fertig gelevelt für das Erste. Ja, ich mache erst mal alle auf 45. Und dann werden alle auf 50 gebracht. Und ja. Und prestiget. Denn ich will sie alle prestigen. Und dann, ja. Aber erst mal. Allerdings würde ich jetzt hier erst mal sagen, das war eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer.